Was geht Leute? Willkommen zurück bei einem neuen Video, wo ich irgendwelche random Trash Games spiele. Schon beim letzten Video, was ich hochgeladen habe, werde ich mir jetzt wieder irgendwelche Trash Games raussuchen und antesten. Und ihr könnt gerne wieder in die Kommentare reinschreiben, welche ihr gut fandet, welche ich euch noch eine Chance geben soll oder welche absolut Trash sind. Viel Spaß! Okay, ja dann suche ich wieder weitere Games raus. Minutes? A peculiar little adventure played 60 seconds at a time. Okay, okay. Das hält mich ja dieses eine Handy-Game. Testen wir das auf jeden Fall mal. Anodyne. In this Zelda-like game, explore the wondrous dream world to the human... Blablabla, was bitte? Okay, okay, interessant. Okay, man kann fighten. Alles klar, da gehen wir komplett rein. Da sehe ich uns. Tonight we riot, a revolutionary crowd-based retro brawler? Riot Games? Okay, 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 interessant. Das könnte... Das sieht fanny aus. Da gehen wir rein, würde ich sagen. Natürlich fällt es mir jetzt ein bisschen schwerer, irgendwelche Games zu finden, weil ich ja teilweise schon manche Games kennen oder angespielt habe. Aber, ja. Hidden Folks. A hand-drawn interactive searching game online. Oh nein. Oh mein Gott, das ist alles schwarz-weiß. Wie soll man da irgendwas finden? Alles klar, aber nicht so drin. The world begins with you. An atmospheric puzzle-platform adventure. Okay. Oha. Crazy, crazy. Das könnte maybe auch was werden. Das gibt mir so ein bisschen Nightmare-Vibes. I don't know. Mal schauen. Octodad. Deadliest Catch. Loving Father. Caring Husband. Secret Octopus. Irgendwoher kenne ich das. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht. Es kommt mir bekannt vor. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. What the fuck? Das sieht schon fucking goofy aus. Da sehe ich mich halt komplett. Ja, da würde ich sagen, ein Game holen wir uns noch. Und zwar... Gun House. Load your guns. Rain death from above. Was zur Hölle? Nintendo Switch? Jogi, was bin ich? Ich seh'n't. Wie goofy sieht dieses Game aus. Alles klar. Wir sind so drin. Das sind die acht Games für heute. Wir sind so drin, Leute. Alter. Okay. Starten wir mit... Minute? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn überhaupt... Was müsste ich überhaupt machen? Hallo Hund? Ich kann einfach gehen. Okay. Oh, okay. Da ist das Schwert. Yo. Alter, jetzt geht auf einmal die Musik ab. Wieso geht oben links ein Timer ab? Was ist das für abdund tief laut? Secret. Gießkanne. Let's go. Warte. Ach, ich kann nur ein was mitnehmen. Ist ja dum. Da oben. Cool. Warum geht der Timer oben weg? Ich versteh's nicht. Sterbe ich dann? Gott. Da ist es dunkel vorsichtig. Ja, was denn? 5, 4... Ach stimmt, man hat nur 60 Sekunden. Ich bin tot. Oh. Okay, interessant. Ab dafür. Ich wünsche, wir hätten etwas Musik. Ja, man muss sich um die 5 Krebse kümmern. Hier war immer viel los. Boah. Okay. Ey, Mann. Ah. Das sind die Krebse. Oh mein Gott. Das waren jetzt 2 Krebse. Ich verstehe. Ja, okay. Die anderen sind unten. Okay. Okay. Schnell, schnell. Wir speedrunnen. Scheiß. Oh ja. Aha. Bam. Bam. Okay. Kaffee. Okay, cool. Was bringt mir Kaffee? Hier hast du einen Kaffee. Kisten schieben. Okay. Ich weiß, wo Kisten sind. Boom. Leuchtturmschlüssel. Okay. Das heißt, wir werden jetzt erst mal bodenlos verrecken und dann in den Leuchtturm gehen. Sehe ich das richtig? Ja, kletter schneller. Ich habe nicht ewig Zeit. Taschenlampe. Okay. Wir starten neu. Zack. Ich bin einfach gestorben an stehenden Viechern. Okay, okay, okay. Ratter. Ha. Hallo. Jo. Rechts lang. Hallo. Neues Zuhause gewählt. Ey. Oh. Lapp kaputt gemacht. Okay. Neustart. Okay, cool. Wieso ist dieses Game so advanced? Bosskampf. Da brauchen wir die Gießkanne für. Für das Feuer. 100 pro. Aua. Der, 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 hä? Okay. Ja, was, 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 was das? Brauche ich mehr Leben oder was? Oh mein Gott. Ja, komm. Scheiß drauf. Scheiß doch drauf, Nexus Game. Okay. Please. Use the arrow keys to resize the window until you cannot see any black. Okay. Ah. Ah. Okay, wir spielen Anodyne. Press Enter. C to start, X to... Buy Anodyne 2. Ich will kein Anodyne 2. Hallo, young. Hey. Oh, you can hear me. Good, now listen. You're about to wake up. You will use arrow keys to move. Crazy. Alter. You will press the C key to interact. People. Ach, bla bla. Digger. Was das für ein Tutorial, Junge. Ach so, kacke. Ist das für goofy-ass transitions, Junge? Ja, na, 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 Junge, ich möchte irgendwie fighten jetzt. Labele ich nicht voll mit irgendwelchen Darkness, mit Power of Evil und... Briar? Wir sind Briar protecten? League of Legends? Ja, wie soll ich denn überhaupt... Wie soll ich denn überhaupt... Hä? Gib mir ne Waffe, Mann. Huh. What the fuck? Boom. Servus. Ach, endlich ne Waffe. Easy. Ein fucking Besen einfach. Ist das eigentlich Leben? Oder Münzen? Ich weiß es nicht. Es steht halt nirgends. Yeah, key. Schlüssel. Boom. Komm her, du Loser. Aha. Hä? Hey, also, wo bin ich hier? Alter, ein Fahrrad. Ja, lauf bitte noch langsamer. Sorry. Ja, bla bla. Mann, leck mich. Yo. Die Fledermäuse explodieren einfach. Hallo. Ah, die kann ich nur von oben hitten. Crazy, crazy. Boah. Yeah. Fiss ich. Aus meinem Augenlicht. Barsch. Ach, warte mal. Cool, das... Nee, das ist... Das ist funny. Digga, ich sterb. Wenn ich denn jetzt da oben rechte, es noch mal besiegt. Ach sooo. Halt's Maul. Ne. Never. Wir haben das Jahr 20 XX. Die Welt befindet sich im Wirren des globalen Karriereismus. Nerven hat. Tonight we riot. Ride games. Ein Spieler? Ah, es gibt verschiedene Klassen. Und wie viel? Crazy. Yo. Was ne Map? Was zur Hölle? Okay. Fabrikstadt Harold, Junge. Ja, jetzt hast du. Ich hab ja gar keine Waffe, Junge. Das sind SWAT-Leute. Wie soll ich die besiegen? Hä? Steig jetzt das Auto ein. Komm. Okay, ich hab einfach das Auto kaputt gemacht. Bam, Junge. Bam. Bam. Aua. Putcher. Junge, die machen voll viel Schaden. Hm. Wollt, weh. Yo. Shift. Yo. Ich hab Assis. Out that Geschütz. Los, Jungs. Los, Männer. Ein Männer soll hier draufhauen. Ja. Irgendwie macht jede Taste, dass man zuschlägt. Molotow. Oh, mein Gott, Junge. Q oder E. Oder Maustrad. Werft sie ab, Jungs. Werft sie. Werft sie mit Backstein ab. Bam. Zack, Junge. Haus befreien. Boom. Oh, ups. Ja, Bricks sind viel cooler, Junge. Let's go, Junge. Wir haben's eingenommen. Ja. Arbeiter gerettet. Alter, ist so laut. Alter, wir haben eine Wrench freigeschaltet. Mit Controller kann ich das spielen? Okay, wait. Was ist das? Upsala. Ach, das ist kaputt von der Ferne, Jungs. Hex sind alle verreckt. Ach, Mann. Ist das incredible. Fahnenstange super Mario. Ja. Ciao, Jungs. Oh, schade. Wie viele wieder verreckt sind. Yo. Ist der Hund gut oder böse? Ach, der ist gut. Ah, ja, cool. Aua. Ich bin tot. Ich bin für anderes. Crazy. Wie soll man die wegmachen? Wie, wie, wie? Wie willst du die töten? Wie, 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 wie? Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Okay, da spielen wir jetzt hier den Vox. Forscher Garland ist verziehen von der Zunge dieses Reptils. Hä? Hä? Das ist Forscher Garland, Junge. Alter, wait, wait, wait. Warum ist das so los? Digga. Oh, wie cool. Oh, mein Gott. Das ist aber irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen crazy. Das muss ich denn überhaupt suchen? Ach, ich muss... Ah, okay, wait. Kiki, der Affe ist... Ich habe irgendwas gefunden. Das ist Kiki, der Affe. Yeah, bling. Ah, das ist die Schlange. Hey, ja, das ist lange. Also, wo ist der einzige Forscher? Nee, das ist er rauf. Da ist der Forscher. Äh. So, hier Bananen. Zack. Haha. Oh, Joel. Halt die Fresse. Nein, wie weit? Sag mal, es spinnt ihr? Ich weiß gar nicht mehr, was ich suchen soll. Aber ich brauche sechs, um weiterzugehen. Ey, Junge, wie soll man denn hier irgendwas finden? Dicke, diese Sound-Effekte, ne? Fliegen der Affe, den brauche ich. Bling. Oh, vielleicht. Aber wir schlitzen mal das ganze Gras hier weg. Oh, mein Gott, Junge. Okay, die Panda haben wir gebraucht auf jeden Fall. Fliegen der Affe. Das ist nämlich ja das letzte Game, wo einfach die ganze Zeit Sound-Effekt. Sound-Effekt. Digga, was macht der Alligator für den Zaun, Junge? Haha. Ich kann doch ganz rauszoomen, aber crazy. Ah. Bling. Ich weiß auch, wer du bist. Oh, die Theologe. Okay. Der Schiff, der versteckte, versteckte Pfad zum Schamanen. Hier vielleicht? Aha. Oh, jo, jo, jo. Okay, wir bleiben noch kurz hier. Wir versuchen wenigstens noch ein bisschen was zu sammeln. Ich glaube immer, ah. König Kiki, das ist ein Thron. Ganz schön hässlich, der Thron. Ich glaube, wenn man so ein bisschen raus hat, was man hier so alles machen kann. Ich glaube, dann ist das recht easy. Ich finde niemanden mehr. Ich finde weder den eleganten Jesse, den Mann in Not, im Baumkrone noch immer die Besten. An welcher Baumkrone pennt der Wichser? Ja, natürlich. Nee, das ist ein anderer. Arschloch. Hey, der lagt da die ganze Zeit. Oh mein fucking Gott. Dieses Reptil kann über den Versuch eines solchen Amateurs ein Schmetterling zu fangen und nur lachen. Okay, hier ist ein Schmetterling. Und das muss irgendwo hier sein. Da. Boom. Easy. Aber wo ist der ungemütliche Sitzplatz von diesem einen Wichser? Seine Versuch sieht schon scheiße aus. Hä? Was hab ich denn die ganze Zeit nicht gesehen hab? Es fehlt nur noch das blöde Kackchicken. Wo könnte das Chicken sein? Also so wie's aussieht, müsste ich das ja ganz einfach finden, weil dieses scheiß Viech bewegt sich ja. So, wo seh ich überall Bewegung? Seh ich hier irgendwo einen Huhn picken? Also sag's mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt hier finde, ist halt so unwahrscheinlich in diesem Screen, ne? Also keine Ahnung. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr dieses scheiß Hühnchen irgendwo gesehen habt. Ich hab keine Ahnung, wo das sein soll. Okay, wir gehen einfach weiter. Ganz ehrlich, wir gehen weiter, ja. Welche Wandertersdorf zu durchqueren? Ja, aber das ist ja noch easy. Sag. Sag. Wo pennt ihr da einen am Boden? Da pennt wer. Hallo. Die Haarbürste. Wo ist die Haarbürste, Junge? Achso, Leute. Bling. Okay. Halt's ma... Halt die Fresse. Seid ihr gestört? Seid ihr wirklich gestört? Okay. Kommen wir zu... Bonbon. Das scheinbar ein Horror-Game ist? Bin ich Bonbon? Bin ich der Hund? Bin ich das Spielzeug? Play with Wobbly Dog. Wobbly Dog, Big Push. Rotate. Say hello, Wobbly Dog. Okay. Pissig. Find all four balls. Aw. Mrs. Apple. Hey, Apple. Das ist mit meiner Stimme, Junge. Bouncy Hooper. Ey, Hopper. What the fuck, Junge. Mr. Lemon? Mr. Lemon. Mr. Lemon. What the fuck, Junge. Oh mein Gott, ich soll die reinbringen? Ey, das dauert doch zehn Jahre, Mann. Oh. Oh. Junge. Junge. Scheiß, Alter. Aha. Guter Wurf. Junge. Ich bin erschrocken. Heavy, find one more ball. Wir sind nur noch two more balls. Sehr der große nicht. Strike. Komm schon. Hallo, Fat Red. Ich meine, ich verarschen. Der letzte Ball ist doch der große, oder? Junge. What the fuck macht der Scheiße? Ey, der hat den. Ey, gib mal den Ball. Dankeschön. Dankeschön für Mr. Orange. Den nehme ich jetzt mit. Dankeschön. Fat Red. Danke, Red. Oh mein Gott, Junge. Fein Robberrings. Oh, ups. Die Fat Red kommt bestimmt wieder von da hinten. Robbering. Robbering. Fat Red bist du's. Was ist denn mal noch? Ah, Robbering. Find all Monster Blocks. Monster Blocks. Monster Blocks. Monster Blocks. Komplizier Monster Blocks. Hö. Monster Blocks. Das Game Trollt. Wo ist denn der letzte Monster Blocks? Hallo, Fat Red. Das geht. Er sagt, komm her. Das ist kein Tiny People. Das hier ist ein Tiny People. Party People. Entschuldigung. Ich glaube, du stehst... Ach, du hast ein Tiny Man mir gebracht. Dankeschön. Äh. Fein Wonwort Tiny Man. Er sagt, komm her. Ah, das ist Bon Bon. Danke, Bon Bon. Sehr nett von dir. Ja, Mora. Ist okay. Ich habe mit Bon Bon gespielt. Ach so. Happy Birthday, Love. Ah. Ah. Blow them out. One. Two. Ah. Furniture moving. Hallo, Bon Bon. Bon Bon, willst du einen Kuchen? Der sieht schmackenfalls aus. Ja, hier. Du gehst fast ein bisserl. Oh mein Gott, das Ding aus Toy Story. Chatterbox. Oh mein Gott. Nein, er hängt im Kuchen. Tschüss, Chatterbox. Boom. So, Bon Bon, gönn dir. Ja, zack. Noch ein? Au. Bon Bon, du hast den Kuchen gedroppt. Das macht man nicht. Bon Bon? Ey. Chill, Mann. Say no, Bon Bon. Hm. No, Bon Bon. No, Bon Bon. Ey. Noch ein? Noch ein Bon Bon. Ja? Ey. Bisschen netterer Ton hier. Noch mehr. Junge. Bisschen netter. Dann kriegst du noch was. Ich komm nicht. Es geht nicht, Bon Bon. Go away, Bon Bon. Jetzt hörst du aber auf. Hör sofort auf damit. Hör auf damit. Nein, es gibt nichts mehr für dich. Go away jetzt. Nein, es gibt kein Essen mehr, du fette Ratte. Go away jetzt. Ey, du Arsch, Junge. Das ist mein Kuchen. Blöder Arsch. Oh, Vater. Hello, Daddy. Mann, ich hab keine Lust mehr, Digga. Das ist voll langweilig jetzt auf einmal. Junge, ich möchte Bon Bon sehen oder so. Okay. The world begins with you. Alter. Ich hab ne Glatze. Und nen Stecker im Kopf. This is not the place where you belong. Ja, kann ich das irgendwie skippen? Oh mein Gott, Junge. Was ist das denn? Crazy as Ruins. Okay, Alter. Wir sind im Labyrinth. Light is floating. Ich glaub, mein Char ist einfach ein bisschen dumm im Kopf. Hä? Hä? Okay. Ich geh einfach nicht durch den Torbogen, sondern außenrum, weil ich es bin. Wozu bin ich auf einmal gelandet, Alter? Das Spiel ist so gut, ich kann es mit einer Hand spielen. Okay. Ich sag da nichts zu. Wenn die Welt doch mit mir gestartet hat, ne? Warum sind wir dann schon Sachen gebaut? Ich weiß es nicht. Wir haben es nie erfahren. Ey, geile Kameraführung. Ich sehe auch alles immer. Vor allem, wenn die Stein sollen da sind. Ist auf sehr nette Basis. Ich glaub, hier wird einfach auch eine Spielzeit gesammelt, die man rumläuft. Bestimmt kann man das mit Controller spielen, den Scheiß hier. Halsmaul. Was für ein Labyrinth, Junge. Ey, Mann. Diese Dinger sehen so aus, als würden die sich gleich drehen. Bin ich im Kreis gelaufen. Natürlich muss ich unten lang. Halsmaul, Digga. Okay, gehen wir weiter ins Labyrinth. Hier ist ein Knopf. Ach, ne, da drehen sich jetzt die Wände, ne? Sackgasse. Ach, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Das Spiel ist Arsch. Okay. Das ist keine gute Auflösung, sehe ich hier. New Game. Junge, was? Wo bin ich hier reingeraten? Ich bin auf meinem Weg. Okay, wait, what? Ach, du Kacke. Weg mit dem ganzen Müll hier. Weg mit dem Kissen. Weg damit. Aber das ist der Schlüssel. Und wir schließen. Zack. Komm nochmal hoch. Weiter hoch. Deine Scheiß Hand, Junge. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert, die Steuerung. Okay, okay. Auch okay. Ach, du Kacke. Halt die Fresse. Was ist das denn für Game, Junge? Über die Krawatte. Zack. Wir haben die Krawatte. Hoch die Hand und zack. Und Tür. Tür auf. Und Füße. Das ist, was wir einen Anzug finden. Aber hier ist ein Hebel. Woah. Nz, 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 nz. Oh. Au. Junge. Tür auf. Mein Anzug. Oh, ups. Entschuldigung. Nein, stopp. Geh mal, mein Anzug. Boom. Und Schlüssel. Junge, bewegt deinen Oktar-Arsch jetzt da hin. Nein. Näher hin jetzt. Näher hin. Junge. Steck dir den Schlüssel jetzt da rein. Ach. So, wo ist mein... Hä, hab ich nicht gerade schon eine Krawatte geholt? Wieso brauche ich jetzt auch noch eine Fliege? Bananenschale. Achtung. Oh. Oh. Ach. Cthulhu. Oh, ups. Weiß. Upsala. Entschuldigung. Zack. Und. Haha. Was ist denn da hinten eigentlich? Oh, nix. Eine Zelle gefühlt. Geht's hier rüber, Junge? Okay. This way. Hallo? Vorbei den Geschenken. So cool wie wir sind. Hallo, meine Frau. Äh. Ich bin gleich da. Wir hängen nur ein bisschen was drin. Ich hab' keine Ahnung, bro. Wo ist denn der Ring? Ist der Ring hier drin? Weißt du's jemand? Willst du... Willst du mich heiraten? Willst du... ...mich... ...ne, ich bin da... Oh, das ist aber nett von dir. Gönn dir. Gönn dir. Wie irgendjemand. Oh. Was ein Kuss. Wie süß. War's das? Das war's? Hab ich irgendwie ne Demo oder so gespielt? Ich glaub schon, nämlich. Kann das sein? Ich glaub, ich hab ne Demo gespielt. Hä? Was bin ich sehend? Ach, leck mich. Alter. Alter. Ist das laut. Sind wir beim letzten Game? Gunhouse, wir gehen rein. Audio ist mir viel zu laut. Okay. Gunhouse is a puzzle game with a tower defense twist and I'm gonna teach you how to play it. Gunhouse is all about making blocks of ammo and loading them into your house. And guns... Hä? Äh, what the fuck mach ich hier eigentlich? Smart. Oh, Junge. Loaded ammo into your guns. You have blocks title place. Ja, ja. Okay, ich hab's im Griff. Oder hab ich's im Griff? Was mach ich hier? Wie schieß ich jetzt? Hm. Weil dann. Limited time. Och, Digga. Das ist voll anstrengend. Ich hab kein... Hä? Also, ich versteh gar nichts, Junge. Hey, 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 hey. Hey, hey. Aha. Okay, okay. Ja, das war's, ne? What am I, what the fuck am I doing, Junge? Ja, lerber mich nicht voll, Digga. Mach irgendwas. Dieses Scam macht mich... Das verwirrt mich extremst. Ja, was, also hat man ja gar keine Chance, mir irgendwas zu machen, Junge. Crazy. Congrats, you've completed the first round of Gunhouse. There's plenty more where that came from, including bosses, new weapons, and new enemies. That's what the fuck. Heeeeh. Please hit next to keep playing. Ehh. Nein. Ehh. Ehh. Ehhh.